Wenn man kein weißer Mensch ist, dann kann Deutschland einem das Leben wirklich zur Hölle machen. Und irgendwann war es genug und ich musste einfach weg. Jetzt aktuell lebe ich seit drei Jahren in London und seitdem bin ich nicht mehr zurück nach Deutschland gekehrt. Vermisst du es? Nicht wirklich. Ich würde sagen, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich in Deutschland nie wirklich zu Hause gefühlt und es war so ein Gefühl von Unbehagen und einfach nicht dazugehören. Und ich glaube, ich habe mich einfach auf die Suche begeben, mein neues Zuhause zu finden. Irgendwo dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Meine Mutter hat mir das immer erzählt. Ich habe immer gesagt, ich wollte gern blond sein und heller sein. Ich wollte einfach gleich aussehen und mein Aussehen hat einfach meine Position in der Gesellschaft auch irgendwo definiert. Und ich habe das auch oft gemerkt, dass ich anders angeschaut wurde. Als ich älter wurde, dann kamen auch Probleme im Arbeitsfeld dazu. Selbst in Deutschland, in einem deutschen Team oder so, wurde erstes nur mit mir auf Englisch gesprochen. Und auf der Straße wurde ich doof angemacht. Stell dir vor, du gehst über die Straße und plötzlich wirst du geschlagen. Also es gab viele Situationen, die einfach dazu geführt haben, dass ich immer mehr gemerkt habe, ich gehöre nicht hin. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Einer der Gründe, warum ich natürlich aus Deutschland gegangen bin, ist, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe und auch in Paris habe ich nicht dieses Gefühl von Zugehörigkeit gefunden. Und auch da habe ich sehr viele Erfahrungen mit Rassismus auf der Straße gemacht. Ich glaube, zweimal sogar wurde ich auf der Straße einfach geschlagen, grundlos. Es war ein kurzer Schockmoment, wenn man einfach auf der Straße angegriffen wird, aber es… Ich konnte mir sehr gut erklären, warum. Ganz besonders, das muss man dazu auch sagen, Paris hat Probleme mit Menschen, die so aussehen wie ich. Es gibt natürlich im Ausländer-Dasein diese Hierarchie, wo gehörst du hin, wenn ich als europäisch gelesen werde, habe ich einfach mehr Erfolg in Europa. Also als rassifizierte Frau in Europa aufzuwachsen, kommt halt mit einem bestimmten Territorium, wie man behandelt wird, wie man angesehen wird. Auch ganz besonders von Männern. Manchmal wird man exotisiert und wird sehr sexuell behandelt. Manchmal wird man halt einfach so als weniger wertvoll gesehen. Und von daher, ich will es jetzt nicht schönreden, ich habe mich einfach daran gewöhnt gehabt. Von daher war es einfach keine Überraschung. Aber trotz alledem war für mich so dieses, okay, ich möchte damit nicht langfristig leben müssen. Ich bekomme ja auch regelmäßig Besuch von deutschen Freundinnen, die aktuell auch noch in Deutschland leben. Und was die mir manchmal so berichten, also das macht einem schon sehr Angst. Ja, Deutschland ist das Land mit den in absoluten Zahlen meisten rechtsterroristischen Anschlägen. Woran, 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 wie entsteht so eine Statistik? Woran macht man das fest? Das ist eine Statistik der Universität Oslo, die das für ganz Europa aus verschiedenen Quellen dann erheben und messen. Da geht es um relativ hochschwellige Angriffe, also eher terroristische Anschläge. Das ist nicht nur in Deutschland, ja, auch mit den Begriffen Remigration, großer Austausch, finden Morde in Australien, in den USA, in Skandinavien und so weiter statt. Aber in Deutschland besonders stark, wir haben eine besonders tief verwurzete, militante, rechtsextreme Szene, wo teilweise die Strukturen und Netzwerke auch miteinander zusammenliegen. Ne, ist eine gute Zusammenfassung, weil im Endeffekt, das ist das Gefühl, was man hat in Deutschland, einfach zusammengefasst und halt mit den Zahlen belegt. Also ich kann definitiv nicht für England sprechen und ich möchte auch nicht für England sprechen, weil es gibt einen Grund, warum es Brexit gab. Es gibt eine bestimmte Einstellung, die natürlich in England sehr verbreitet ist. Aber ich würde sagen, London ist eine kleine Bubble für sich und deswegen würde ich auch in England nur in London leben, weil ich in dieser Bubble sein möchte. Und natürlich gibt es sehr elitäre Kreise, wir haben die Monarchie. Aber ich sage nicht, dass ich in London keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, aber es ist definitiv seltener passiert und ich werde einfach gar nicht erst angeguckt, weil es gibt einfach alles Mögliche. Ich fall hier nicht auf und ich glaube, das ist einfacher manchmal, einfach nicht mehr aufzufallen. Und zu gehen hat mich eben auch gelehrt, dass es einfach für mich keinen Kommen vor Rassismus gibt, solange ich mich dafür entscheide, weiterhin in Europa zu leben. Ich meine, ich sehe, wie meine Familie im Iran aufwächst, welche Grenzen ihnen gesetzt werden, ganz besonders als Frauen. Und dass ich die Möglichkeit hatte, in Deutschland aufzuwachsen, auch mit den Herausforderungen, die mir gegeben wurden. Gleichzeitig bin ich mir aber meines Privilegs bewusst, ganz besonders, dass ich auch die Möglichkeit habe, zu gehen. Nicht zu wissen, wann ich das nächste Mal zurückreisen kann, macht es sehr viel schwieriger. Ich vermisse meine Familie, ich vermisse das Land, ich vermisse einfach da zu sein, die Geräusche, die Gerüche, einfach alles. Und oftmals suche ich mir das auch in London. Es gibt eine riesige persische Community hier, was ich absolut liebe, was mir auch beispielsweise in Irland gefehlt hat. Und so habe ich immer das Gefühl, ich habe ein Stück zu Hause mit mir. Und gleichzeitig auch habe ich gemerkt, ich brauche nicht mehr diese Definition von Heimat, dass das ein Ort ist, sondern wirklich ist es heutzutage für mich ein Gefühl. Ob ich jetzt in Düsseldorf bin, ob ich jetzt in London bin, wenn ich die richtigen Leute um mich herum habe, meine Familie, meine Freunde, die Menschen, die mir dieses Gefühl von Geborgenheit geben. Das für mich ist heutzutage meine Heimat und mein Zuhause. Das für mich ist das city! Das ist ein Süßende, aber das ist ein Done-Hag. Bullshit. Socke, leute!